Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem Tinder Simulator für Schlechthin. Table Man, das heißt da Wunderspiele, Wunderschöne Spiel. Und Sven und ich werden gleich separat voneinander einfach ein bisschen rumflöten. Mal gucken, ob wir nachher den gleichen Typen alles herausfinden. Weißt ja, ob einer uns beide trifft. Mal gucken, wer witzig. Ja. Und dann schauen wir uns gleich einfach an. Halbstunde? Halbstunde würde ich sagen, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Ja, wünsche ich dir auch. Hoffentlich fehlst du dir die richtige. Dann bis Phil nach. Bis Phil nach. Wir sind jetzt alleine, Leute. Jetzt wird geflirrt und es geht nicht mehr. So. Das ist quasi so ein Physik-Game. Steht auf... Achso. Ich dachte, was ich bin. Steht auf Frauen. Neue Bio erstellen. Meine rationalen Ängste, Rotwein, Matches und Physik. Eins davon schlippt. Suche nach jemandem, der für immer bei mir bleibt. Oh, ja. Das schmeichert. Ja, geil. Das klingt an mir. Alles klar. Uli. Ich nehme mich selber nicht so ernst. Nicht so wie alle anderen. Ha? Uli klingt so männlich. Sebastian! Was ist das denn? Frauen haben alle Männern. Suche nach der richtigen Person, der mich irgendwo hin auswirkt, wo man Spaß haben kann. Ja, das ist ein Männernamen Oma. Vanessa, ich lösche die App immer wieder, aber rate mal, wer wieder da ist. So, dann. Ich mag langen Spaziergang am Strand, aber kuschelige Abende auf der Couch. Das müsste 0815, ja. Schade. Nicht mal. Kunde, Reisen und Gin. So originell. Hab ich recht. Hunde mag ich auch, komm. Easy. Wer Hunde mag, kann nur gut sein. Gehe zum Sammelalbum. Gehe. Fühl ich die jetzt nicht so, oder was? Achso, dahin. Der Meetup. Klar, Date 1. Fangen wir mal an. Sven ist auch überzeugen. Bis Viertel nach. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, ich habe jetzt irgendwie Scheiße gebaut, glaube ich. Also, irgendwie... Naja. Irgendwie muss ich jetzt einen Davids oder Laura haben. Also... Werden wir es mal haben. Oh. Hat sich rausgeputzt für uns. Mon Ami. Ich weiß nicht, was ich ja schon gedrückt habe irgendwie, aber auf jeden Fall. wir denken jetzt diese Laura. Die sieht noch rechts im Bartisch aus. Hat auch schöne lange Haare. Eine Rose auf dem Tisch. Oh. Könntest du die Kerze anzünden? Du hältst nichts von Streichhölzern. Ja, so ist das also. Deswegen soll ich das machen. Interessant. Wirst du die Kerzen anzünden? Ich hantiere nicht gerne mit Streichhölzern. Hey. Mal ein kleines. Mach ich doch gerne. Leute. Wenn ich da ran kommen würde, ja. Hey. Ich mach das. Ich mach das schon. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Kerze. Kerze. Wo bist du? Oh. Ne. Da war mal ein Stück Fleisch. Nein. Nicht dich anzünden. Nein. Äh. Jetzt vorwärts. Runter. Vorwärts. Jaha. Mon ami. Hör. Hör. Gott. Das ist. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt weiß ich auch, warum sie nichts an Kerzen hält. Ähm. Ja. Scheiß auf die Blume. Blumen sind die nicht so toll. Ähm. Wein möchtest du haben. Ja. Kriegst du. Oh. 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 Haaaaa. Haah. Ha. Äh. Ha. Ha. Äh. Und warum schenkst du das nicht selber ein? So, macht man das? Na, willst du weiter? Entschuldigung. Du musst auch ein Glas haben. Das könnte ich dir nichts einschenken. Oh Gott, falsche Richtung. Oh Gott. Aha. Hä, was ist mit dem... Oh Gott. Hör auf. Oh, mon ami. Mon ami. Nein. Oh, boi. Kellner, meine Flasche. Kellner. Okay. So. Noch mehr? Oh Gott. Hör auf. Ja, äh, wein. Nein. Ja, hier. Mon ami. Mon ami. Nein. Das schreckt mich. Das kann nicht wahr sein. Jetzt mach doch mal. Fick dich. Ich will neues Glas. Ich will neues Glas. Oh, mon ami. Nein. Warte. Ich hab... Das ist schon kotzen. Ich steuere und kotze mich an. Will zum Glas. Geh weg. Mon ami. Oh, mein... Oh, mein... Gut. Also, Laura. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Oh, man ey. Die ist nicht so gesprächig. Die Laura. Oh, Gott. Komm. Nein, 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 nein. Oh, trink doch einfach aus der Flasche. Oh, Mann, was ist denn mit der Maus los? Lass los, du scheiße, ich hab's mag. Madame, mademoiselle, ich... Können wir noch ein kleines Glas haben? Okay, der. Oh, Mann, am lieb. Oh, du musst doch einfach zählen. Warte, kotze. Hey. Das ging doch gerade. What the fuck. Wir staunen uns für den Arsch. Was haben wir für den Arsch? Ja, hey. Alter, kriegst du auch dein Wein. Ich hab's nicht geschafft, Alter. Hey, du kriegst dein Wein jetzt. Guck. Hier hast du Wein. Ganz hier. Äh, Pommes möchtest du haben? Das ist das Salzschreie, ne? Alles klar. Ne, das ist Pfeffer. Wo ist Salz? Moment, das... Oder? Ja, das war so richtig. Okay. Ey. Warte, mach's. Warte, lass's. Kannst du dein Steak nicht selber pfeffern? Was bist du eigentlich für eine? Du bist alt genug, um dein Essen selber zu essen, aber nein. Oh, Maus. Guck, dass wir sie nicht haben. Ne? Wo ist der andere? Da. Nein. Verpiss dich mit der Eimer. Alter. Mann, hab ich... Darf ich einmal? Jawohl. Alles klar. Alles klar. Und das andere Würzen. Alter. Oh. Ganz ehrlich, man kann auch sein Essen... Wohl... Selber... Ach, du Kacke. Willst du auch Pfeffer? Auf dein... Den Sacken? Ja, das krieg ich hin. Ja. Achso, du wolltest erst Ketchup auf deinen... Ah, ja. Das kriegen wir auch hin. Nein, Ketchup! Bleib doch bei mir! Das sieht irgendwie falsch aus. Hä? Wie viel Ketchup willst du denn noch drin haben? Aha. Alter! Ich hab meine Hand nicht unter Kontrolle. Die Steuerung ist doch echt kratzt, ey. Ich hoffe, es wird sich besser an. Alter! Sorry, Leute, aber... Alter, die Steuerung geht gar nicht. Ich komme... Mein Kopf kommt mich darauf klar, dass ich W erst D drücken muss. Das eine und das... Oh Gott! Ja, Mademoiselle! Danke. Ich brauch so nicht, dass du was Ketchup. Ja, Moment. Alles klar. Mademoiselle. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe kommen. Ja, ja, wohin? Moment. Achso. Da ist doch gar nichts drin! Ja, jetzt geht doch eh was Ketchup, Mann. Wo hast du dein Steakland wieder gelassen? Mensch. Frau, ey. Ja, jetzt... Ketchup ist alle. Hat er was schönes Haar. Ich hab dir aber sogar Kopf streichelt. Ja. Mein Kopf kommt dann gar... So gar nicht drauf klar, ne? Ich hab's doch geschafft. Oh Gott, ey. Okay, du würdest doch etwas Capture machen, aber... Ach ja, klar, nicht... Ah, wie dumm von mir. Du willst ja nicht auf den Steak haben. Du willst es ja... ...auf den Teller haben. Entschuldigung. Hand. Gehäuche mir. Halt. Ist das jetzt auch wieder falsch, oder was? Frauen, ey. Da soll mal jemand Frauen verstehen, ey. Rede kein Wort mit mir. Sitze einfach nur. Und ich soll sie einfach bedienen. Kriegt ein Wein alleine. Chapeau. Gibt's hier auch Brownies? Ach, ich soll sie... Jetzt auch... Oh Gott. Alter. Ich kann mir nicht drauf klar, Leute. Scheiß weg mit deinem Bein, ey. Bro. Gibt es Brownies? Die sind doch genau neben dir. Hier, nimm. Ja, ne? Schafft das schon. Schafft ein Brownie zu holen. Brownie? Brownie incoming. Alles klar. Brownie. Jetzt hoch. Und ran. Jam, 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 jam. Oh. Easy. Ganz verdammt anstrengend. Ein Stern. Zwei. Ah, nur zwei. Hey. Haha. Ja. Easy. So macht man das, Leute. So und nicht anders. Zurück. Verdammt anstrengend. Alter. Davon ist so feinlich gewesen. Bis mal ein Puzzlestück. Ich glaube nicht. Alter, war so anstrengend. Das geht gar nicht. Jewel. Also die sieht aus wie Laura. Von gerade eben. Also wie die da. Ich hoffe, sie ist nicht so. Das liest doch eh kein Schwein. Nein, ein Schwein liest es nicht, aber ich. Was bringt das denn? Oh Gott, ich hab... Moment. Das hat Spaß gemacht. Bis bald. Komm, wir verfüllen sie mal. Sie weißt es an. Komm, wir klären es Laura. Komm, ich muss dich weiter verführen. Ja, jetzt muss ich sie wieder auf... Muss ich jetzt mit ihr date? Achso, nee, das ist das aktuelle, wahr? Äh. Äh. Äh, ja, wir schließen einfach in die... Äh, ähm. Nehm... Ich nehm mich selber nicht so ernst. Ach, komm, wir nehmen... Warte, Hunde damit. Wer Hunde... Ey, wir haben es eine tolle Chance, gibt das Sommerabend, ey. Ganz ehrlich. Komm, wir gehen mal weiter. Nee. Ach, du Scheiße. Nein. 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 Ähm. Sascha. Ja, er hat das gleiche an, aber hey. Oh Gott, er soll doch bestehen. Oh Gott. Ach, du Scheiße. Wir sollen bestellen. Was willst du, Bier? Du bist aber ein Geschirr mal kleines. Nee. Sidney. Ich nehm mich selber nicht so ernst. Äh. Nee. Ja, Baby, ne? Baby, Baby. Ehm, Moment. Hans zurück. Und... Hoch. Hoch. Und Moment. Momento. Oh, Fickin. Zu kurze Haare. Ist das ein Piercing? Oder was hast du da? Äh, nee. Nee, nicht wieder eine Laura. Äh, Dominik, nee. Nein. Nein. Alter, was ist denn los? Nein. Also jetzt wird's auch lächerlich. Ich schenke mir was an, ja? Ist auch hoffentlich auch okay. Moment. Äh. Runter. Nehmen. Nehmen. Oh, jetzt packt er doch noch fest, ey. Oh. Äh, BF-Savi nicht kleines. Alter. Da sagst du noch Bagia. Luise. Ähm. Kannst du jetzt irgendwie anschrecken, oder? Warte, ich mach mal so. Äh, Plaudern. Wir machen erstmal einen Witz. Komm. Wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. Oh. Äh. Vernein. Bejahen. Ja, komm, wir bejahen. Ah, auf den sprach ich voll ab. Ja. Das hat geklappt. Ähm. Jetzt machen wir mal ein bisschen Smalltalk. Ich glaub, das ist richtig so. Okay, gut. Ähm, verführen. Die beißen jetzt sowas von an. Wow. Ich dachte, wir haben sie. Scheiße, ey. Wir verführen nochmal. Wow, komm. Die blockieren einfach. Einfach blockieren. Weil sie fies ist. So, machen wir das heutzutage. Mit Leon geht ganz sicherlich nicht auf dem Gate. Der längere war letztlich. Das geht auch nicht. Nein. Kommt doch nicht drauf klar. Pommes Pizza. Alles klar. Bestellen kriege ich noch hin. Ich nehm mal ein paar Stücke. Ja, Baby, ne? Einmal. Dani. Komm. Oh, jetzt hat die... Oh, wir plaudern nochmal. Den fragst du einfach mal. Warum nicht in echtem Leben so? Warum nicht so? Es ist ein Date. Ja, komm. Ähm. Daten wir. Ähm. Muss ich jetzt das machen? Ja, komm. Wir machen jetzt einfach das. In meinem Stück müsst ihr da noch was Gewürz... bisschen Würzung drauf haben. Ah, okay. Äh. Welcher ist denn das? Ich würde sagen, der Linke. Pissig. Alter! Bugfest City oder was? Scheiße, ich hab den Namen vergessen. War das Dani oder wie hieß die? Gott. Keine gute Frau aus der Zug für das erste Date. Aber Dani. Wir sollten bestellen. Ja. Meine Dame. Was möchtest du denn haben? Ähm. Ein Bier? Wo ist das? Ja, komm. Dann nehmen wir einmal Bier. Gibt's ja nicht. Also ich trinke ja eigentlich kein Bier. Also nicht so gern. Aber für dich bestell ich nochmal ein Bier, weil ich das... Oh, nee! Salz, okay. Geht doch falsch rum. Nein, POMM! Oh Gott. Weißt du, wir müssen den Pommes haben. Ja, verstehe ich. Pommes sind ja auch geil, ne? Pommes sind ja auch geil. Oh. Packt doch nicht rum, du Drecksgame. Nochmal bestellen. Zurück, zurück. Langsam. Langsam, weil du... Äh... Nein. Nein! Die Frau macht mich nur arm mit Bier. Ja, so in der Art. Ähm. Wie? Verkackt? Scheiße, ey. Ähm. Okay, sie will Pizza und Pommes will sie haben. Das krieg ich wohl noch hin. Easy. Erzähl doch mal was. Ich nehm ein paar Stücke, Mama. Ham, 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 ham. Oh, aber auf dem Teller auch? Okay. Da, 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 da. Ja! Ein Pizzastück! Äh, Glas? Spiel? Hilfe! Ich hab ein Glas in mir. Ich hab was in mir. Das müsste eigentlich Dani sagen nachher. Aber... Ach. Eine, da kriegst du. Das reicht aber jetzt auch. Jetzt übertreibt man mich. Ach, Salz! Oder was? Moment. Okay. Kerz hat zu hinten. Boah, das... Das... Oh, da lag ja noch eine. Komm, dann nehmen wir die. Richtig cooles erstes Date. Jetzt ist doch endlich! Was falsch mit dir, Frau? Ich geb ihr voll die Mühe, ne? Und sie sitzt nur vor mir im scheiß Kack-Handy. Also da war Laura besser. Und jetzt wird so Kerzen an. Ich kann Tiere nicht gerne mit Schrechheit zahlen. Ich auch nicht. Aber ich mach's trotzdem. Ganz ehrlich, dieses Spiel, ne? Zeigt Frauen so als Sklaventreiber. Ganz ehrlich. Nein. Oh ja! Bist du so dick? Klar, fucking Streichholz. Und ich wusste... Nein! Ich hab's doch fast gehabt! Ficken! Das kann nicht wahr sein! So. Gibt es Brownies? Ähm... Bestell dich hier. Vor allem... Du musst dir aber gar nicht eben aufräumen, ne? Du hast dir ziemlich viel... geklebt. Nein! Oh! Mh! Ist doch ein Stressspiel. Ein Brownie. Komm, mit einem Teller. Oh! Ist doch! Alter, diese Frau, ne? Ich bestell neue Brownies. Alter, die Steuerung, die... Das ist... Jetzt... Nimm doch! Bitte! Nein, nein, nein. Nein! Oh, die Steuerung! Komm, 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 komm! Oh! Oh! Ich schliff halt ab. Oh! Lady! Habe ich jetzt nicht... Ja, einen habe ich auf jeden Fall. Komm! Is sie! Nimm ihn in den Mund. Ja. Na? Mh, mh, mh. Das ist klar. Oh Gott, noch mehr. Es ist anstrengend. Frost. Wir suchen noch mal ein bisschen weiter. Äh, Luise. Ne, die hat mir zu viele Piercings. Susanne. Äh, ne. Ne. Hela. Ne, komm. Momo. Die mich irgendwo hin ausführt, wo man Spaß haben kann. Da, bei Spaß, da sehe ich mich. Komm. Wir nehmen die Momo mit. Dann verfüge ich sie jetzt nochmal. Sie will mir den Hintern versuchen! Da sehe ich mich. Komm, wir gehen auf ein Date. Die mich hinter versorgen lassen, klingt immer gut. Und sie wieder ein Date haben! Easy! Muss ich da jetzt drauf tippen, oder? Äh. Ne, ich habe sie nicht blockiert. Hä, du... Smalltalk. Boah, ist das kompliziert mit Frauen, ey. Terminiert. Ist das alles gut oder schlecht? Wir gehen doch erstmal mit Momo auf den Date. Und dann laden wir Laura nochmal ein, weil sie nimmt die erste. So machen wir das. Lass uns Wein trinken. Ja, gut. Ähm. Okay. Das ist ein Wein trinken. Alles klar. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir runter auf die Karte. Gehen wir runter auf die Karte. Das ist Champagner. Wein. Lass mich bestehen! Alter. Hier geht's... Oh, mhm. Regt mich unfassbar gerade auf hier, ne? Ich bestelle vor, sie ist halber zwei. Ähm. Hand. Ah. Nein. Oh, ich habe gerettet. Chapeau! Okay, zählt. Alles klar. Moment. Moment. Und wir sagen noch Kerzen und zünden nach Flecken. Oh, diese Maus, ne? Das ist die... Äh, wir nehmen ein Glas, okay? Braucht nicht. Jetzt kippt doch endlich in diese Richtung. Oder muss ich mir auch was... Oh, Gott. Äh, äh. Komm, jetzt... Hallo, das passt doch alles. Och, komm. Mach den Scheiß doch selber. Blöde Kuh. Okay. Der will, 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 will. Schenk dein Feind doch selber ein, ey. Würdest du mir ein Glas Wein einschenken? Ich hab dir doch gerade ein Glas Wein eingeschenkt. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Okay, heute war das leichteste. Mariusel. Ich kann nicht mal flirten in dieser Tour, weil das mich so einfach was veranschränkt hier. Ach, scheiße. Die wollte, glaube ich, Wein haben. Ah, ja, da war man wieder. Ich habe Champagner bestellt. Entschuldigung. Schenke ich mir aber erst mal zuerst was ein. Guck. So macht man das. Scheiße, jetzt wäre die Kerze ausgegangen. Oh Gott, ey. Ähm, Streichhäuser, wo habe ich sie? Halt, ein bisschen höher. Ja, easy. Tomate und... Was? Was bist du denn für eine? Also ein Tomate und den. Ganz ehrlich, ich bitte noch ein extra. Gehe gleich schief. Habe ich doch gesagt. Wie, der zählt nicht. Jetzt schweiße ich dir eine Tomate auf. Ja, das ist also nur mein Wein. Red doch mal mit mir, du... Oh. Ja, und jetzt, was wir zu dir drauf haben? Pfeffer oder was? Eins. Zwei. Easy. Okay, pfeffern. Pfeffern ist rechts. Alles klar. Kein Problem finden. Für Monsieur Janik. Oh Gott, kein Schlaf. Sag nicht, du musst erst... Oh, jetzt ist auch noch die Reihenfolge entscheidend, oder was? Nein. Nein! Nimm deinen scheiß Pfeffer und... Oh, mach das selber, ey. Du bist schon ein großes Mädchen. Mach keinen scheiß ab, Kaffee. Und mit Pizza füttern. Alles klar. Hey, für meine Pizza ganz gerne was haben. Füttern alles aus. Das hält hier. Ja, mehr, mehr, mehr. Komm. Hey. Bitte mein Pizza. Eine Prise Salz, meine Dame. Eine Prise Salz? Ja, ein bisschen Salz, ne? So, muss das. Ja. Immer noch ein bisschen Salz. Schlecht gewürzt, das hier Steak. Ja. So muss das. Oh Gott, das war der Kaffee. Wo fahren wir nochmal? Komm, 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 komm. Ich glaube, ich habe es verkackt. Upsi. Puh, Mademoiselle. Ich kann ihn einfach nichts abschlagen. Der ist so bezaubernd. Aber da haben wir es so. Ja, jetzt war. Puh, Party. Puh, Puh, Puh. Baby, hey. Wie schon stressig. Drei Herz. Boom, Junge. Gefitzt. Stressig sein bei's Lebens. Klar, bis dann. Easy, gut. Dann nochmal die Dauer vom Anfang an. Muss ich da jetzt nochmal mit? Oh Gott, ey, das kann ja was werden. Ja, Zender, bleib, verpiss dich. Ich habe die Frau meines Lebens gefunden. Alles klar, jetzt sehe ich mich. Jetzt wird es unfassbar romantisch, weil die Date am 4, ja. Das wird so unfassbar... Hey, ne. Drei gleichzeitig. Nein. Lass uns zwei trinken. Ja, diesmal Wein, nur kein Champagner. Ähm. Das war vorne meine Schuld. Ich dachte, man fängt natürlich mit Champagner anstatt mit Wein. Ich dursel. Okay, Moment. Wo ist die zwei und da ist die drei, okay. Oh, hier brennt's ein bisschen, aber macht ja nix, ne? Hey. Korn. Okay, tschüss. Äh, Kerzen anmachen, ja. Das krieg ich auch wohl noch hin. Oh, oh, oh. Laura, verzeih mir. Verzeih mir mein Grubotorik. Ah. Easy. Ist ja kein Ding. Oh Gott. Wie mach ich das denn? Nein, äh. Zählt auch ein Salatblatt? Hier. Nein, sie will das ganze Ding. Er geht nicht. Ich... Ich... Ja. Ich... Und selbstverständlich. Oh, oh, oh. Hola. Hola, Lisbeth. Bitteschön. Ja. Und, meine Dame? Ähm, was musst du jetzt haben? Pfeffer. Ähm, wo steht denn der Pfeffer? Wenn das andere gerade Salz war, dann muss das doch Pfeffer sein, oder? Wenn wir eine Tomate gefunden haben, wund. Lass die Tomate. Da. Moment. Hierher. Hoch. Hin. Okay. Okay. Pommes. Okay. Runter. Greifen. Run... Runter. Pissig. Nein. Ich schaffe... Pommes schaffe ich nicht. Sorry. Ich bin so abrotiv. Er scheitert an Pommes. Ich schaffe keine Pommes. Ich schaffe mal. Ich schaffe mal. Ich schaffe mal. Pommes, 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 pommes. Ah. Ja. Perfekt. Ich brauche dringend etwas Capture. Da steht genau in deinen Elbogen. Oder beziehungsweise liegt in deinem Elbogen. Aber, selbstverständlich gebe ich dir das. Ich habe sonst nichts zu tun. So. Äh, darf ich... Ja. Probier mal. Du kannst auch was anderes von mir probieren. Wenn du verstehst, was ich meine. Hä? Oh, Gott sei Dank. Und Pfeffer auf Steak. Wo ist das ein fucking Hurensteak? Gibt es da überhaupt noch ein Steak bei? Ja, hier. Oh. Bist du solch ganze Sachen einschränken? Das sieht doch katastrophal aus. Hier kommt der Zug. Tut, tut, tut. Ja, lecker, wa? Jetzt willst du bestellen. Gott. Wie mache ich das denn gleich? Oh, mein Kopf kriegt das echt gar nicht hin, ne? Gerne. Hey. Oh. Das wird ernst. Baby. Ich schreck nicht mehr hin. Ist das nicht nur... Ah, okay, jetzt ist gut. Lass das Champagner... Ja, oh, jetzt Champagner. Jetzt ist Champagner auch immer super, ne? Ja. Dann feiern wir mal eben. Weißt du, das erste Date wieder am Ende sogar das beste Date. Das ist schon krass. Ja. Spritzt dich voll. Ja. So, macht man das. Muah. Muah. Meine Lieben. So, nicht anders. drei herzen hätte ich glaube ich nicht gedacht also laura und ich wir gönnen uns jetzt mir ja mag auch und dafür habe ich keine zeit mehr ich habe schon jemand am wickel der auf geisteskrankte leute steht in die kriege eine umfrage gegeben 23 ist das perfekte alter für kinder ich habe noch ein jahr die kerzen und sünden aber wirklich da will ich nie im leben hinkriegen das ist klar zukünftige frau meiner kinder natürlich hand bewegt ihn nicht wie eine dumme nein zurück hoch und hoch noch so hingekriegt kohle schenken hey wenn ich bin weg war die mehr ich werde nicht mehr los ne hallo ich kann drücken was ich jetzt will so was hat los ach so hat er verstanden das war eine tolle folge hat spaß gemacht kommt überhaupt nicht mal auf jeden fall danke fürs zuschauen das war das beschützte spiel alle zeiten hause rente der summe ab das ist nichts für mich das absolut verschmutzt nur für abschauen bis zum nächsten mal rein schau bis zum nächsten mal